Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Samstag. Wechselhaft mit Schauern, Gewittern und 3,12 Grad. Vorhersage und Analyse der Wetterlage in Deutschland. Wolken, Temperaturen, Windgeschwindigkeiten und mehr. Das Wetter in Deutschland weist eine erhebliche räumliche und zeitliche Vielfalt auf, was auf die geografische Lage des Landes, mehrere Klimazonen und andere klimatische Faktoren zurückzuführen ist. Die Deutschen sind auf alle Arten von Wetter vorbereitet. Von schneereichen Wintern bis hin zu sonnigen Sommern. Doch was genau erwartet uns in den kommenden Tagen? Temperaturen. Die Temperaturen in Deutschland können sehr unterschiedlich sein. Von warmen, angenehmen Grade im Frühling und Sommer bis hin zu kälteren Temperaturen im Herbst und Winter. Laut dem deutschen Wetterdienst DWD variieren die Durchschnittstemperaturen im ganzen Land zwischen 2 und 20 Grad Celsius, je nach Jahreszeit und geografischer Lage. Quelle deutscher Wetterdienst DWD. Wolken und Niederschläge. Deutschland ist oft von Wolken bedeckt, die von oben nach unten variieren und sich ständig ändern. Niederschläge können jederzeit auftreten, unabhängig von der Jahreszeit. Obwohl die Wolkenbedeckung und der Niederschlag je nach Region variieren, zeigt ein Bericht des DWD, dass der meiste Niederschlag in den bergigen Regionen auftritt. Quelle deutscher Wetterdienst DWD. Wind. Der Wind in Deutschland variiert stark je nach Region und Jahreszeit. Die windigsten Gebiete sind die Nord- und Ostseeküsten und die höheren Lagen der Mittelgebirge und Alpen. Quelle deutscher Wetterdienst DWD. Aussichten. Die Wetteraussichten in Deutschland sind wechselhaft. Die nächsten Tage bringen eine Mischung aus Sonne, Wolken und Regen mit wechselnden Windgeschwindigkeiten. Schärfere Temperaturen werden erwartet, während die Niederschlagswahrscheinlichkeit hoch bleibt. Quelle deutscher Wetterdienst DWD. Das Wetter in Deutschland ist variabel und unberechenbar, wird jedoch akribisch von Fachleuten überwacht, die ständig Vorhersagen und Updates liefern. Es ist immer ratsam, sich vor der Planung von Aktivitäten im Freien über das Wetter zu informieren. Es ist zu beachten, dass diese Vorhersagen je nach Wetterbedingungen variieren können. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig Updates zu überprüfen. Quelle deutscher Wetterdienst. Autor Anita Farke, Freitag 19. April 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Zuhören. holistico installiert, wie knapp selling COV, Die Frage ist Vielen Dank.